Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich die Quest bis auf die Knochen, die Stand zu nehmen bei Prinz Savondis in Azuna bei den Koordinaten 47, 41 in einem unüberdachten Gebäude, nenn ich es mal. Hierbei muss ich 55 gestohlene Nachtelfenknochen einsammeln, nehme ich die Quest hier auch an, muss hier dann die Küste bzw. Strand von diesem See hier und hierbei Mörblocks töten. Wie ihr seht, die Trabbundeteile. So, hab ich schon 21. Aha, und der Wurf, den muss ich nicht töten. Hier oben ist der Knochen, jetzt auf dem Hügel sind aber ein Haufen. Ja, wenn ihr solche Gruppen findet, dann geht schnell. Und damit darf ich zum Abgeben gehen. Da laufe ich hier hoch. Hätte auch dort hochlaufen müssen, aber dann hätte ich auch hier hinlaufen müssen, mehr oder weniger. So, die Quest ist abzugeben beim selben Ampetsis, soweit ich noch weiß. Ja, ich hoffe, ich konnte jemandem helfen. Ciao. Ciao. three